Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part von Minecraft mit dem Basti hier. Ja, ich hab einen Rucksack. Ja, er hat einen Rucksack. DJ hat alleine hinbekommen, ohne meine Hilfe, man sollte es nicht sagen, den Rucksack-Mod zu installieren. Aber ich wäre fast verzweifelt, weil ich muss dazu sagen, Hadi, du hast absolut recht. Die Wichser von Minecraft-Tutorials, die stellen einfach Sachen rein, die gar nicht für die Version ist. Ja, das ist furchtbar. Und da habe ich nicht darauf geachtet. Ich habe Videos gesehen auf YouTube. Ich suche mittlerweile Sachen nur noch auf YouTube und nicht auf Google. Da habe ich gesucht, Minecraft-Backpack 1.7.2. Habe ich es runtergeladen und ich habe dann hinterher erst gesehen, dass der eigentliche Mod nur für 1.6 ist. Ja, was meinst du, wie ich mich totgesucht habe für die Mods, die in der Beschreibung stehen? Also alle, die ich bis jetzt drin hatte, die habe ich ja alle auf einmal rausgesucht und vorgekrepelt. Zwischendurch hatte dann mein Kompass oben nicht mehr richtig funktioniert, also ich bin echt verzweifelt. Aber ich habe es irgendwie hingewickt bekommen. Wie ich sehe, du hast ja auch ein Lava-Becken gemacht. Ja genau, das wollte ich dir auch noch zeigen. Das hatte ich bei mir im Part gemacht. Weil ich keinen Bock hatte, immer die Sachen über Game-Mode 1 zu zerstören, weißt? Weil das ja auch ein bisschen entschieden wird. Ich habe bei mir alles überlegt, auch im Part, wo ich das hinmachen könnte. Aber das Problem ist ja, dass sich das Lager bei mir nach hinten reinzieht. Und da ja auch, da ist dann direkt die, nee, 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 da ist dann direkt die Außenhülle schon. Egal, Penis. Da auch nicht, da komme ich dann irgendwann in deinen Gang. Ja, aber doch nicht so schnell. Nee, aber bei mir in meine Farm da rein. Ja, irgendwo hättest du schon Platz gefunden. Na, ist halt egal. Egal. Ja, wir werden uns jetzt mal ein Backpack machen, wenn du mir sagst, wahrscheinlich brauchen wir Leder dafür. Ja, das ist richtig. Und keine Ahnung, brauchen wir Ton dafür? Nein. Was brauchen wir noch? Es ist auch dieser Mod, wo man das Leder noch so zu anderem Leder verarbeiten kann, damit das besser wird, um größere Rucksäcke zu machen. Nein, das ist ein bisschen anders. Leider ist es nicht so einfach, wie es erscheint. Du brauchst eine gewichtete Druckplatte. Ja, Gold oder Eisen? Richtig Gold. Alles klar. Warte, habe ich dir eben gemacht? Komm mal her. Nee, mache ich selber. Weißer. Too late. Weißer. Und jetzt? Und dann tust du, also ich gehe mal eben mit in die Crafting, so. Also, wenn du dann da drin bist, machst du alle Felder außer in der Mitte, also ganz in der Mitte und in der Mitte unten voller Leder. Also, als wenn du so einen Bogen halt machst und ganz unten machst du dann in der Mitte die Druckplatte rein. Auch Backpack. Genau. Wird immer mit einer Druckplatte. Alter, das Eikon ist aber hässlich. Ist es auch, aber das ist kein Backpack. Ganz genau. Und dafür brauchst du noch, ich weiß nicht, wie sie heißen. Das ist mir ehrlich gesagt so, das war nicht egal. Dazu brauchst du Fäden und Leder. Das habe ich genug. Hast du? Das habe ich auch genug. Sehr gut. Pass auf, dann hol das mal. Dazu brauchst du dann so 5, 6 Stück ungefähr. Ja, ich habe ja genug zur Wolle verarbeitet an Fäden, weil ich das nicht brauchte. So. Dann machst du folgendes. Das Leder tust du links nach oben, Mitte, unten. Und dann in der Mitte unten, Mitte oben. Ja. Und die Fäden machst du rechts an der Seite. Und dann hast du ein Backpack-Pouch. Okay, warte. Warte, wie war das? Leder oben und unten oder wie? Leder, Leder links komplett. Ach so, komplett, okay. Links komplett. In der Mitte oben und unten. Und Fäden und Fäden rechts komplett. Und dann hast du einen Backpack-Pouch. Hast du? Ja, ich habe... Warte, bin ich bescheuert, Mann? Oder da... Ne, doch. Hä? Wicht ihr? Also Leder ganz links komplett. Genau. Links oben, links in der Mitte, links unten. Ach so, ach so. Ach so, ich brauche den Backpack gar nicht da rein tun. Ne. Ich habe den Backpack die ganze Zeit da drin gehabt. Von war kein Red. Ein Backpack-Pouch. Kann man aber nichts mitmachen, deswegen. Hier hast du noch eins, habe ich jetzt gerade eh erstellt. Wie viel Bäume denn? Du brauchst ungefähr 4, 5 oder so. Also dann mach ich noch mal kurz. Du willst ja so groß haben, dass es halt so groß wie möglich ist. Die ist dann so groß, warte mal, die ist dann so groß wie eine große Truhe. Okay, ähm, was muss ich jetzt machen? Einfach nur das zusammenfügen, oder? Folgendes. Nein, nein. Das ist ein bisschen kompliziert. Den Backpack musst du ja immer unten in der Leiste drin haben, um ihn auszuwählen. Also du hast, glaube ich, nicht die Möglichkeit, wenn der so im Inventar rumliegt, den zu öffnen. Zumindest habe ich noch keine Möglichkeit gefunden. Ne, weiß ich auch nicht. Rechtsklick drauf, dann öffnet der sich ja bei dir. Ja. Und dann machst du folgendes. Nein, das machst du nicht. Dann ziehst du so einen Backpack-Pouch in den Rucksack rein oben und machst einfach rechtsklick drauf. Und dann wird er größer. Ah, dann wird er so gesagt verwendet. Genau. Das kannst du halt so oft machen, bis es dann so groß ist wie eine große Truhe. Ich glaube, ich mache mal. Ah, nee, das ist... So. Und ich habe jetzt zum Beispiel zwei ganz große Backpacks, habe ich zum Beispiel ineinander. Dann gibt es ja mehrere Seiten und damit sollte ich erstmal auskommen. Jo, hoffe ich mal. Aber ich glaube, das ist schon groß genug. Ah, steht dann oben. Genau, steht dann da oben, dass es nur so groß ist, wie es geht. Ja, alles klar. Cool, ne? Ja, natürlich. Du kannst ja mal kurz in den Game Mode 1 gehen und die ganzen Backpacks und neuen Mods, die halt da jetzt hinzugekommen sind, einmal unter Sonstiges zeigen. Da gibt es nämlich noch mehrere. Klick mal auf die Truhe, wenn du irgendwas anderes in der Hand hast. Außer dem Backpack. Und jetzt mal den Backpack in die Hand und mach mal, das sieht anders aus. Das sieht bei mir gleich aus. Das ist weiß außenrum. Ja, stimmt, hast recht. Ja, ähm, das ganze Crafting, äh, ne, das, ähm, was war das eben? Doch, das Craften sieht auch anders aus. Geh mal in, crafte mal was mit der Ecke in der Hand. Das sieht auch anders aus. Ist auf jeden Fall cool gemacht. Jo. Kommt dadurch durch die Texturen, glaub ich. Und für mich, Leute, ist es lebensnotwendig, weil ich hab keinen Bock immer, wenn ich farmen gehe, da weite Wege zu laufen. Das fuckt mich immer ab. Hm. Na, das kann ich verstehen. So. Ähm. Für mich ist das ein sehr wichtiger Mod. Ja, wie gesagt, du kannst ja mal Game Mode 1 machen, richtig. Und dann unter Sonstiges mal kurz die ganzen neu hinzugekommenen Icons dir angucken. Ich finde diese ganzen, ähm, diese ganzen Rucksäcke. Kann sogar färben. Ja. Ich finde die ganzen Rucksäcke, die Farben haben, aber total unnötig. Und die restlichen Sachen weiß ich nicht. Quantum Backpack weiß ich nicht, was das bringt. Ähm. What the fuck das geht, Alter. Backpack Resizer ist das halt, um das, glaub ich, ähm, äh, wieder klein zu machen. Kann man da alles mögliche machen, ey. Pass auf, der Backpack Restorer ist, wenn du den verloren hast, dann kannst du den zurück machen. Das kommt zu sich. Und diese Area Upgrades, die hab ich auch noch nicht so ganz kapiert. Die funktionieren auch nicht so wirklich. Auf der Webseite alles. Ja, aber alles halt auf Englisch, das ist das Problem. Ja, ist doch kein Problem. Aber auf jeden Fall eine geile Sache, ne? Musst du mir mal schicken später. Ähm, right click from within a backpack to resize... Achso, ja, genau. Das war dieser Resizer. Jo. Restorer. Genau. Alles klar. Ja, interessant. Auf jeden Fall. Oh ja. Ähm, einer hatte auch geschrieben, wie der Mod heißt. Wir meinten den Twilight Forest Mod. Und ja, den werden wir auch noch irgendwann demnächst reinmachen, dass wir da ein bisschen Abwechslung haben. Das war ich jetzt im Teamspeak, falls du es gehört hast. Ich hab da eben die Link geschickt. Ach klar. Nicht, dass wir es vergessen. Richtig. Würde ich nach mir. Ja, haben wir jetzt auch einen Backpack Mod. Ist eigentlich ein ziemlicher Cheat Mod, wenn du so willst, weil du halt viel mehr Vorteile dadurch hast, aber ja. Ich fühl mich wie mit so einem Schulranzen, Alter. Das sieht schon... Also was mich wirklich... Das Einzige, was mich an dem Mod wirklich stört, ist, dass du den nicht einfach irgendwo aus dem Inventar öffnen kannst. Also zumindest hab ich halt noch kein... Genau. Zumindest hab ich noch keinen Key gefunden dafür, weil es ist scheiße für mich, die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dinger unten in der Leiste, die sind halt bei mir schon wirklich sehr verplant. Und da muss ich jetzt alles umstrukturieren. Kann man den umfärben jetzt mal so aus reinem Interesse. Was kann man umfärben? Wie kann man den umfärben? Ah, so. Das weiß ich nicht. Hab schon. What? Ah lol. Wenn du rechtsklick machst, dann geht ja auch so, dass unten das Icon so auf, auf. Ja, ich weiß. Guck mal, jetzt sagst du es so gar nicht. Ich hab den nicht am Rücken, also ich hab den noch rausgetan, wie gesagt. Guck mal. Das ist für mich absolut nicht heißer aus, aber gut. Den blauen. Ja, toll. Kann ich den jetzt eigentlich nochmal umfärben, weil ich würde den ganz gerne irgendwas anderes haben, weil blaues müssen. Okay. Schwul. Ah, warte. Das ist so gewöhnungsbedürftig. So. Also ich freue mich wirklich, dass ich das geschafft hab, weil der Mod ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich hatte schon gar keine Motivation mehr, farmen zu gehen, weil ich einfach keine Ahnung mehr hatte, wie ich das hinbekomme, weil ich ja nicht so viel Platz hab. Jetzt hab ich auch wieder eine Motivation. Black. Mann, er ist schon Black. Weiß ich nicht. Okay, wollte ich nur wissen. Für die Wissenschaft. Die anderen Mods, die wird Hardy mal reintun, wenn er Lust und Laune dazu hat. Ja, jetzt hab ich ja wieder ein bisschen Zeit. Ja, also er hat ja, dadurch, dass er ja die Ferienarbeit hatte, auch nicht so viel Zeit, deswegen war er da halt nach der Arbeit sehr ausgelaugt, was man natürlich auch verstehen kann. Oh ja, und das macht's jetzt auch wieder bemerkbar. Ja, und jetzt hat er halt die Ferienarbeit beendet, erfolgreich. Ohne Abschluss. Bust. Ich hab meinen Backpack jetzt mal schwarz gemacht, das passt ganz gut auf meinen Rücken und so. Oh ja, das sieht echt gut. Ja, mach mal auch. Ah, ne, seh ich ja nicht. Da, 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 da. Oh, seh ich nicht, geil. Finde ich immer noch ein bisschen hell für schwarz. Da steht zwar schwarz dran, aber irgendwie auch nicht. Ja. Wahnsinn. Ja, sonst gibt's gar nicht viel zu zeigen, ehrlich gesagt, weil ich gar nicht, ich hab gar nicht mehr weiter gemacht. Ganz einmal meine Diamantenkiste. Hast du wieder heute geupdatet? Boah, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich guck einfach mal rein. Ja, zweite Reihe angefangen. Ja. So, läuft, ne? So viel hab ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht gespielt. Ich war auch in den letzten Tagen sehr drauf und dran halt bei RPG so ein bisschen mein Detektivskill hochzufarmen und da hab ich halt sehr viel Zeit auch für investiert. Minecraft, ich weiß nicht, außerdem dadurch, dass Domian ja momentan noch in der Osterpause ist, hab ich halt auch keine Motivation zu zocken. Ja, ich bin ehrlich, wenn Domian fertig ist mit der Pause, dann werd ich auch wieder öfter zocken, wo wir dann wieder gemeinsam hören können oder Trend und einfach ein bisschen nebenbei Minecraft zocken können, ey, das haben wir immer gemacht. Ja. Aber dann müssen wir das mittags, ne? Nicht abends, wenn's online geht, dann muss ich mich drauf. Aber ich werd sowieso meinen Rhythmus in den nächsten Tagen mal ändern müssen. Ja, es bleibt nicht viel anderes übrig. Ja. Sonst tut es dich. Ja, ist so. Alleine wenn ich im August in die Schule gehe, Alter, da kann ich nicht dann so einen Rhythmus haben, das funktioniert nicht. Ne. Ich hab mir grad noch ein paar Redstone-Blöcke gemacht, weil wegen nix zu tun. Ja, alles klar. Ja, ich hab dann, irgendwas hatte ich noch gemacht, äh, ein bisschen aufgeräumt hier die Kohlekiste und so. Was ist das denn hier? Das ist ja nicht sortiert. Ne, das ist aber auch extra, das ist ne unsortierte Rüste. So, genau. Wir können mal eben, ähm... Willst du ja wieder was klauen? Nö, ich möchte das Bild hier drehen. Ah, geil. Mir wollte ich gar nicht machen. Ah, ja. Ja, ist so. Du kannst nur rein zufällig in die Richtung, ne? Ja. Oh je, ich werde elendisch sterben. Ne, ich warte. Hm. Hat da wieder Angst, dass er zerquetscht wird. Gut, dass die sich nicht öffnet. Ja, ist ein Timer drin, wegen... Egal. Aha. Boah, wie lange ich jetzt schon mal an diesem Dorf hier nicht mehr war. Ja, komm, mir auch. Aber irgendwie sieht das ganz schön geil aus mit dem Turm, so aus der Entfernung. Ja, das stimmt, ja. Ich muss unbedingt mal ein anderes Text-Shopperk finden, ne? Mich kostet dieser Comic-Stil momentan voll an. Äh! Du bleibst hier. Hallo. Er geht. Hui! Du musst mal wieder töten, Alter. Ich krieg hier schon Frame Drops, ne? Bitte, elf. Ja. Was ist denn da los? Ja, ich wollte hier nachtöten, deswegen fahre ich die auch gerade nochmal, damit ich noch ein bisschen was im Part machen kann. So, erst das Deck ist weg. Nice. Oder geht's? Ich kann gleich mal eine Spitzhacke zum Teil... Weißt du, dann wollte ich dann auch mal bei mir im Part dir was klauen an der Truhe. Warte, ich weiß nicht, Sand wollte ich mir klauen, weil ich das gebraucht hatte für irgendwas. Aber ich selber glaube ich nicht. Ja, dann geh ich dann an deinen Tur und sag auch noch, du holst ja auch immer Diamanten und Redstone bei mir. Na, hat das nicht. Ja, was wolltest du, wolltest du, wolltest du Glas daraus machen oder was? Ne, ich weiß nicht mehr, was ich da machen wollte. Weiß echt nicht mehr. Wenn du Glas machen wolltest, dann hätte ich das auch so fertig gehabt. Ne, ne, Glas war das nicht. Okay. Das war irgendwas mit Sand. Und, weiß ich nicht mehr. Ich mach mal ganz kurz XP sammeln. Ah, ich weiß wieder wofür. Okay, und durchschlachten. Für irgendwas. Für irgendwas, ja genau, davon brauch ich auch mal ganz viel. Geil, ne? Ja, ne? So. Kannst ja mal im Part, damit die Leute, damit die Leute ein bisschen, bitte denen was erzählen kannst, so ein bisschen sagen, was du dir jetzt eventuell bald neues Holz teilst. Ja, es gibt auf jeden Fall ein R zu dem Ode. Natürlich das gleiche wie DJ und mittlerweile fast alle Let's Play und alle möglichen. Fast alle Let's Play irgendwie haben. Ähm. Und wahrscheinlich einen neuen Stuhl, den gleichen FDG hat. Wir machen uns irgendwie so gegenseitig nach, eher so mit PC und so und ich so mit dem restlichen Equipment, was er so macht. Ja, genau. Keine Ahnung. Oder wenn ich hier weiter tue, dann habe ich hier keine Ahnung. Wenn ich, wenn ich mir das überlege, wie lange ich hier jeden Tag auf dem Stuhl sitze. Der ist einfach nur so gemütlich, ey. Mhm. Komm, es genug, die Töte. Die müssen erstmal alle wieder wachsen. Aber leider ohne Eltern. Boah. Nein, ich habe das Sand für TNT gebraucht. Das Sand. Das Sand. Ich habe ein bisschen was vor mit TNT. Fick dich. Nee, Spaß. Nein, nein, keine Angst. Nee, nee. Wahrscheinlich ein bisschen was wegspringen. Ein bisschen was frei machen, wa? Nö. Nein, nee. Was machen wir denn sonst mit TNT? Hinstellen als, äh, als Haus. Die Koalition. TNT Haus. Da kann ganz schön viel schief gehen. Hm. Ja, muss aber doch nicht. TNT zündet doch nur noch, wenn du einen Schalter dran hast oder Redstone. Und der ist doch scheißegal. Ist ja nicht mehr so wie früher. Das wissen die wenigsten vielleicht. Früher war es so, wenn man TNT schon links, glaube ich, anklickt, dann explodiert. Ja, wenn du es abbauen wolltest, dann, du konntest es, du konntest früher TNT nicht abbauen. Richtig, richtig. Ich glaube, da ging es mal eine Zeit lang nur mit dem Schwert und mittlerweile ist es so, das ist so abbauen. Ja, nur noch die Zeiten, wo es halt einfach nur so ging. Aber das waren auch noch Zeiten, wo es noch nicht mal eine Ausdauerleiste war im Minecraft. Ja, das war alles noch viel gechillter, was das anging. Ja, wobei keine Ausdauerleiste hieß auch, dass man noch nicht sprinten konnte und das war scheiße. Das war echt scheiße. Zum Teil war es halt gewohnt, ne? Ja, man war es gewohnt. Das war, wenn ich mir das jetzt heute so vorstelle, ich könnte gar nicht mehr ohne sprinten. Alter, ich merke immer so, wenn ich Hunger habe und mich nicht halten kann, Alter, das ist so nervig. Du bist so langsam. Ja. Das ist extrem. So, jetzt brauche ich aber erstmal ganz kurz einen Diamanten. Meinen letzten. Dann muss ich weiter bei dir schnurren. Kannst du auch mal farmen gehen, ne? Haben wir alle mal gelacht. Äh, gut. Bisschen repariert. Ach, DJ, ich und jetzt farmen, Alter, ne. Am Anfang ging es noch, aber mittlerweile habe ich überhaupt keinen Bock auf farmen mehr. Ich will nur noch bauen und chillen und bauen. Wo du denn bauen würdest. Ja. Sorry, dass ich arbeiten gehe. Äh. Bei Onkel Ali im Dönerkebab. Ja. Äh. Mobbing, Beschwerde, sieben Tage, Bann. So, slash, Bann, DJN03, Mobbing. Na ja. Lächerlich. Aber okay. Ja, ich würde sagen, dann habe ich jetzt meinen geilen schwarzen. Ich finde der ist immer noch ein bisschen grau, aber okay. Äh, Backpack. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss.